TMR-Radio. Wir lieben Musik. So hört es sich an. Die beste Musik aus sieben Jahrzehnten. Liebe Hörer, wir haben was ganz Tolles für euch. Ein großes Hof- und Kinderfest wartet am 16. September 2017 auf euch. Und zwar zugunsten von Leni. Leni, ein kleines Mädchen, das sitzt im Rollstuhl und für die Leni wird Geld gesammelt. Und das hat sich zumindest der Reitstall Freiberg auf die Fahnen geschrieben. Und wenn ihr Lust habt, am 16. September, wie gesagt, das ist ein Samstag. In Friedrichroda, Ortsteil Kumbach, 10 bis 19 Uhr mit einem wunderschönen Line-Up. Da gibt es nämlich Ponyreiten, Streichelzoo, Hüpfburg, Rollenrutsche, Mahlstraße, Kinderschminken, Klauen und vieles, vieles mehr. Natürlich ist auch für Essen und Trinken gesorgt. Und mit einem kleinen Obolus, wie gesagt, kann man die Leni unterstützen. Ich denke mal, die Einnahmen der ganzen Geschichte bekommt auch die Leni. Und wenn du Lust hast, wie gesagt, ein schönes Kreuzchen in den Kalender am 16. September 2017. Das große Hof- und Kinderfest zugunsten von Leni ab 10 Uhr. Und zwar in Kumbach und dort im Reitstall Freiberg. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß und natürlich den Sammlern von Geld. Ja, alles Gute. Und Leni, Hohensteif halten. Also, nicht vergessen, 16. September. Auf geht's. Und Leni, Hohensteif halten.